Engel des weißen Strahles Ich rufe euch, bildet um meine Aura eine Spirale aus weiß glitzernder Energie, die sich rechts herum dreht und die alle negativen Energien, die durch meine Ängste entstanden sind, sofort aus meinem Energiefeld und meiner Umgebung entfernt. Lasst eure strahlenweiße Energie über mich fließen. Reinigt das Energiefeld meines Körpers. Entfernt alle dunklen Schatten, alle Ängste, alle Anhaftungen. Reinigt meinen Geist. Reinigt meine Schakten. Alles Belastende wird von mir entfernt. Ich freue mich, dass alles Schwere sich in Licht umwandelt. Diese weissglitzernde Dusche. Reinigt mich. Befreit mich. Gib mir wieder Leichtigkeit. Ich bin Licht. Ich bin Licht, jetzt und immer da. Und während dieses weissglitzende Licht über dich und deine Aura fließt, sprich noch einmal laut diese Worte. Ich bin ein Wesen des Lichtes. Ich bin ein Wesen des Lichtes. Ich bin ein Wesen des Lichtes. Ich bin die Reinheit des Lichtes. Ich bin die Klarheit des Lichtes. Ich bin Licht. Jetzt und immer da. Ich sage Danke in dem Wissen, dass mein Gebet bereits erhört wird. Ich fühle mich gereinigt und geborgen. Liebe Engel des weißen Strahls. Ihr Engel der Reinigung. Ihr Engel des Neubeginns. Ich danke euch aus tiefstem Herz. Aus tiefstem Herz. Aus tiefstem Herz. Aus tiefstem Herz. Ich bin Licht. 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 mich an dich an. Ich bin Licht. Ich bin Licht. Ich bin Licht. Untertitelung des ZDF, 2020